Die Firma Freund aus Wuppertal fertigt und vertreibt Handwerkzeuge für Dachdecker, Zimmerleute und Bauklempner. Die Herstellung der traditionellen Werkzeugkomponenten wurde kritisch hinterfragt und den Hinblick auf ihre Effizienz überprüft. Den alten Griff gibt es seit mehreren hundert Jahren, ist seitdem auch nicht grundlegend verändert worden. Er passt sich an die Hand des Handwerkers an, ist aber ein sehr aufwendiger Produktionsprozess, bei dem die Lederscheiben einzeln aufgepresst werden müssen, anschließend verschraubt und abgedrechselt. Deswegen haben wir mit der Effizienzagentur NRW und einem Produktentwickler einen neuen Griff entwickelt, der ergonomisch geformt ist, der aus einem nachwachsenden Rohstoff ist und bei dem die Montage sehr viel einfacher vonstatten geht. Die neue Produktgruppe hat viele Vorteile. Zu einem haben wir eine vereinfachte Produktion. Wir können zudem nun eine hundertprozentige sortenreine Recycelfähigkeit aller Teile darstellen. Die Griffkomponente ist komplett aus nachwachsenden Rohstoffen. Wir müssen nicht mehr lackieren, wir müssen nicht mehr verzinken. Und zudem sind auch alle Teile 100% ersetzbar bzw. reparierbar. Und das war vorher nur bei 60% der Teilen möglich.